Wir stehen für modernste Innovationen. Der digitale Zwilling wird bei uns real. Das FDS bringt das Material. Die Aufsätze und Bahnhöfe entwickeln wir selbst. Mit dem Zollstock messen wir gestern. Wir scannen unser Werk direkt in 3D. Produktionsmaterial, dank IoT nur wenn wir es brauchen. Meine Aufgabe bei Siemens, ich bringe Roboter das Fingerspitzengefühl bei. Dem Roboterteile vorsortieren, das brauchen wir hier nicht. Künstliche Intelligenz erkennt Fehler und bügelt diese aus. Anstatt Fertigungsprozesse jahrelang zu simulieren, benutzen wir intelligente Algorithmen. Freier Zugang zu neuen Technologien und digitalen Tools für alle Mitarbeiter. Im Projekt Vertical Integration entwickeln und produzieren wir innovative Power Units. Wir digitalisieren unsere Infrastruktur. Moderne Arbeitsbedingungen auch im Fertigungsumfeld ermöglichen es uns, unsere Kreativität frei auszuleben. Kompetente Applikationsberatung für unsere Kunden. Wir zeigen, wie man richtig Druck macht. Wenn unsere Kunden wissen wollen, was alles in unseren Produkten steckt, dann kommen sie hierher. 7 Dias điều die Anstatt Fertigungsprozesse 5 6 7 5